Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 266. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir bei dir Zuflucht finden können. Das, was immer in unserem Leben passiert ist, was immer uns gerade bewegt, du ein offenes Ohr für uns hast. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mich und für jeden Einzelnen von uns da bist. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Joshua Kapitel 21. Es geht um die Städte für die Leviten. Wir lesen ab Vers 34. Den Geschlechtern aber der Söhne Meraris, den übrigen Leviten, wurden vom Stamm Sebulon gegeben, Jogneam und seine Weideplätze, Karta und seine Weideplätze, Dimna und seine Weideplätze, Nahalal und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Und vom Stamm Ruben, Bezer und seine Weideplätze, Jasa und seine Weideplätze, Keremoth und seine Weideplätze, Mephaat und seine Weideplätze, das sind vier Städte. Vom Stamm Gad aber Ramoth in Kiliad, die Freistaat für die Totschläger und seine Weideplätze, Mahanayim und seine Weideplätze, Hesbon und seine Weideplätze, Jaeser und seine Weideplätze, im Ganzen vier Städte. Für die Söhne Meraris unter ihren Geschlechtern, die noch übrig waren, von den Geschlechtern der Leviten, waren es zwölf Städte, die ihnen durchs Los zufielen. So betrug die Gesamtzahl der Städte der Leviten unter dem Eigentum der Söhne Israels 48 samt ihren Weideplätzen. Es war aber mit diesen Städten so, dass jede ihre Weideplätze um sich her hatte. So war es bei allen diesen Städten. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Und Gott hatte versprochen, ihnen den Sieg zu schenken. Sie mussten zwar hineingehen, sie mussten sich bewegen, sie mussten im Glauben vorangehen und kämpfen. Aber sie haben erlebt, dass Gott zu seinen Verheizungen steht. Man kann sich buchstäblich auf sein Wort verlassen. Er hat ihnen tatsächlich die Ruhe geschenkt. Nun, diese Ruhe, die sie hier erlebten, war eigentlich nur ein Typos, ein Gleichnis für die Ruhe, die wir in Christus finden können, in Jesus, durch den Glauben. Ihr könnt in Hebräer 4 einen Abschnitt finden und Bibelferse, die explizit das sagen, dass die Ruhe, die hier Joshua dem Volk verschaffte, gar nicht die eigentliche Ruhe ist, die Gott einem jeden Menschen schenken möchte, sondern nur eine Illustration für das, was wir alle erleben können, wenn wir im Glauben vorangehen und trotz Schwierigkeiten, trotz Giganten und Riesen in unserem Leben darauf vertrauen, dass Gott zu seinem Wort steht. Es heißt weiter hier, es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Wörtlich heißt es, kein Wort fiel dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Dieses Buch ist voll von guten Worten. Aber es sind nicht nur gute Worte, die uns emotional berühren oder persönlich gefallen. Es sind Worte, die Kraft haben. Keine einzige Verheißung steht in diesem Buch hier umsonst. Nichts, was Gott durch seinen Geist gesagt hat, ist unnütz. All das kann und wird in unserem Leben Realität, wenn wir es im Glauben annehmen und aus jedem Wort leben. Lasst uns im Glauben vorangehen, sodass auch in unserem Leben gesagt werden kann, dass keine Verheißung, die Gott gegeben hat, unerfüllt geblieben ist. Damals rief Joshua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse zu sich. Und er sprach zu ihnen, ihr habt alles gehalten, was euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder während dieser langen Zeit nicht im Stich gelassen bis zu diesem Tag und habt getreulich festgehalten an dem Gebot des Herrn, eures Gottes. Und weil nun der Herr, euer Gott, eure Brüder zur Ruhe gebracht hat, wie es ihnen verheißen hat, so kehrt jetzt um und zieht hin in eure Zelte, in das Land eures Erbteils, das euch Mose, der Knecht des Herrn, jenseits des Jordan gegeben hat. Nehmt euch nur sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Das war das Allerwichtigste damals und ist auch heute noch das Allerwichtigste, dass wenn wir in unserem Leben vielleicht schon so manches für Gott oder für andere Menschen getan haben, dass wir niemals vergessen, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu befolgen. Und Joshua segnete sie und entließ sie und sie gingen zu ihren Zelten, dem halben Stammer Nasse, hatte Mose ein Erbteil gegeben in Bashan, der anderen Hälfte gab Joshua ein Erbteil unter ihren Brüdern, diesseits des Jordan, gegen Westen. Und als Joshua sie zu ihren Zelten gehen ließ, da segnete er sie und er sprach zu ihnen, mit großem Gut kehrt ihr nun zurück zu euren Zelten, mit sehr viel Vieh, mit Silber, Gold, Erz, Eisen und mit Kleidern in großer Zahl, teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Auch hier ein interessanter Punkt, nicht alle dieser Krieger oder dieser Männer aus diesen zweieinhalb Stämmen konnten ja mitkämpfen. Wir hatten schon gesehen in der vorigen Folge, dass einige zurückbleiben mussten, um auch die Familien, die Frauen, die Kinder zu beschützen. Auch sie sollten Anteil haben an dem Kampf, nicht nur der, der an der Front kämpft, sondern der, der sich auch um andere Dinge kümmert, die wichtig sind. Der, der vielleicht nicht gesehen wird, der vielleicht nicht vorne am Pult steht, aber sich um Familien kümmert. Jeder hat Anteil an dem Sieg des Volkes Gottes. So kehrten die Söhne Rubens, die Söhne Gatz und der halbe Stammanasse um und zogen von den Söhnen Israels weg, von Silo, das im Land Kanan liegt, um ins Land Gilead zu ziehen, zum Land ihres Eigentums, das sie dort besaßen, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gatz und der halbe Stammanasse ein Altar, dort am Jordan einen großen, weithin sichtbaren Altar. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass dein Wort treu und zuverlässig ist, dass sich alles davon erfüllt, dass es nicht eine Verheißung in diesem Buch gibt, die nicht sich erfüllen könnte oder erfüllen würde, wenn wir sie im Glauben annehmen durch Jesus, indem jede Verheißung ihr Amen, ihre Erfüllung findet ihr Jahr. Herr, wir danken dir, dass wir uns auf dein Wort verlassen können, auch wenn wir uns auf die Worte von Menschen so selten verlassen können. Aber danke, dass alles, was du sagst, wahr ist und sich auch ereignet. Dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen. Amen.